Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video! Das 3-Frage-Zeichen-Orakel am 3. November 2020 Die erste Frage ist, was denkt er? Das zeigt hier diese Karte, die Zahl 10 bedeutet ein Neuanfang, beginnt eine neue Periode. Das Bild selbst, ein Treffen und Kommunikation, das, was er plant. Die zweite Frage ist, wie fühlt er sich? Dieser Bild bedeutet Kraft. Es kann sein, dass er verspürt seine inneren Kraft und setzt etwas in Bewegung, aber bedeutet auch, er fühlt sich kraftlos und braucht euren Unterstützung, weil ihr gibt ihm die Kraft. Die dritte Frage ist, was vermittelt er? Das zeigt hier dieses Bild. Er setzt etwas in Bewegung. Er nähert sich zu euch. In seiner Hand ist dieser Kelch und das symbolisiert die Wasserelement. Und das bedeutet, er kommt mit Gefühlen. Die Tagesenergie zeigen die Mietze Katze Karten. Und schauen wir an, was die Botschaft ist. Hey, was guckst du da? Also jemand beobachtet euch. Oder kommt eine Überraschung. Und das war mein 3-Frage-Zeichen-Orakel. Und das war diese Aufnahme, wenn es euch gefallen hat. Ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal. Eure Dendera Susanna Medici Und das war mein 3-Frage-Zeichen-Orakel. und das war mein 3-Frage-Zeichen-Orakel Perofe. Seben 5-Frage-Zach Kubernetes